Lieber Herr Tschentscher, da haben Sie sich als Kind bestimmt gedacht, hm, ich will mal berühmt werden, so dass mich jeder kennt. Ich hab keine Ahnung. Ja, und ich werde Bürgermeister von Hamburg. Und jetzt sind Sie schon seit 10 Monaten Bürgermeister und die Hamburger wissen nicht, wer Sie sind. Warte mal, gibt es den überhaupt? Aber wie sieht es an der Klosterschule aus? Wir werden mal losgehen und nachfragen. Wie heißt der Bürgermeister von Hamburg? Olaf Scholz? Nein, okay. Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Das war ja lange Zeit Scholz, aber wie der jetzt heißt, weiß ich nicht. Ist wieder ein SPDler, klar. Ich hab den Namen nicht drauf, tut mir leid. Da bin ich komplett raus. Hau, nigger. Wie heißt der, Schulz oder so, ne? Greta, ich weiß es nicht. Das wäre Peter Censcher gewesen. Ich hab's doch gesagt. Olaf Scholz ist der Alte gewesen. Den hätte ich eh nicht aussprechen können. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wartet mal. Äh, Schulz irgendetwas in der Art. Olaf Schulz, hä? Nein, das ist nicht hä. Keine Ahnung. Oh, das weiß ich nicht. Äh, äh. Äh, ich glaube Olaf Scholz. Also, ich... Das war früher. Ja, ich weiß, aber der Neue weiß den Neuen nicht. Der Neuen, ich weiß auch nicht. Ich weiß nur den Alten, der hieß halt Olaf Scholz. Olaf Scholz, ja, der Alte, den Neuen kenn ich nicht. Neuen kenn ich auch nicht. Der hat so einen komischen. Scheiße, war das nicht der Neue? Nein, ist es ein Neuen. Das war irgendein komischer Name. Ja, ist ein komischer Name. Ja, ich glaube, er muss mit A und Schiff. War das nicht Olaf Scholz? Das ist der Alte. Äh, scheiße. Ich hab ne Buk aufgesagt. Äh. Ähm, ähm. Der ehemalige war doch Olaf Scholz, oder ist er immer noch? Steinmeier oder so? Das war süß. Johannes? Johannes? Nein. Äh, etwas mit Tschechien. Äh, Tsche-chenin. Nein, nicht Tsche-chenin. Etwas, äh, schwierige Nachnamen. Äh. Keine Ahnung. Es ist immer noch Olaf Scholz. Ich warte, ne, ich weiß sogar, wie er heißt, die hieß irgendwie anders. Er hat jetzt einen richtig komischen Namen, aber das weiß ich gerade nicht. Warte mal. Gibt es den überhaupt? Nee, nee, nee. Ich will es mich hoffen. Oh, das ist doch ein neuer gewesen. Ja. Ähm. Ich weiß nur den alten. Also, ich glaube, dass der Bürgermeister Olaf Scholz ist. Oder? Also, das war der alte. Achso. Keine Ahnung. Ja, die Antwort wäre Peter Tschentscher. Oh. Die kennt eigentlich fast keiner. Nee. Dann gehöre ich zu denen, die den nicht kennt. Äh, ich glaube, es ist Peter Tschentscher. Peter Tschentscher. Ist das richtig? Ja. Ja, gut. Herr Tschentscher. Oh, Dr. Tschentscher. Peter Tschentscher. Gut. Uff. Achso, und das war's jetzt? Achso, okay, super, sehr schön. Danke. Danke. Lieber Herr Tschentschner. Ich glaube an Sie. Wie sieht es an der Klosterschule aus? Ah, lieber Herr Tschentscher. Nein, okay. Ach, er hat sich das drauf. Nein. Scheiße. Hat sie das drauf? Ja. Aber ich glaube, es ist ja gescheiße. Leute, komm. Ich glaube, es ist voll doof. Ja. Es ist so weich. Ich weiß, es war meine Erke. Ja. Nee, meine Erke. Ich weiß, es war meine Erke. Ich weiß, es war meine Erke. Ja. Ich weiß, es war meine Erke. Lieber Herr Tschentschner. Warte, warte mal. Tschentscher, okay. Tschentscher. Okay, psch. Tschentscher. Lieber Herr Tschentscher, da haben Sie sich mal als Kind gedacht, ich will mal berühmt werden. Mit hier mal nicht in dem Loch auch nicht dazwischen. All ready, go, go, go.